Hallo, willkommen. Heute bin ich im Lago Mera, Loch Nummer 16, mein Fleitpartner, der Volker, Michel. Und hinter der Kamera ist der Bernd. Wir haben zusammen trainiert, gespielt und was Wichtiges gelernt, glaube ich, für Männer. Vor allem für Männer. Wir müssen in der Hüfte uns bewegen. Was wir heute festgestellt haben, ist, dass wenn wir hier stehen bleiben beim Ausholen, dann macht der Oberkörper das oder man knickt ein, man kommt nicht rum und man kommt dann aus der Achse heraus. So ist es wirklich hilfreich für euch und vielleicht für dich zu Hause. Beim Ausholen benutze deine Hüfte, dreh dich, spüre, wie dein Gewicht leicht auf der rechten Seite kommt, auf die innere Ferse. Weil von hier wird man automatisch das Gewicht verlagen und wenn ich rotiere, vollende ich meinen Rückschwung. So, ich habe einen schönen Abschlag gehabt, habe 100 Meter Gap Wedge und ich werde an meinen Unterkörper denken, du wirst sehen, dass ich trotzdem beim Ausholen stabil bin. Aber dann komme ich gut auf die linke Seite. So. 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 Vielen Dank.